Er lebt in einem Haus direkt am Wald zwischen Feldern. Es leben Bienen, Hunde, Katzen, Hühner und ein Pfau bei ihm. Sein Name ist Pan. Und heute hören wir wieder mehr von Pans Blick auf die Welt. Ab ins Bett, 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 der Kinder-Podcast. Hi. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, Pan. Schön, dass ihr alle mit dabei seid am Wochenende. Joa. Jetzt wird es ja auch langsam Zeit, dass das Wetter besser wird, weil dann kann man draußen so viele Dinge tun. Man kann sich an ein Lagerfeuer setzen, Stockbrot machen, man kann draußen Trampolin hüpfen, man kann draußen auf dem Spielplatz spielen, man kann fangen spielen, man kann verstecken spielen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö. Doch. Ja. Du hast doch was ganz Tolles auch draußen gemacht. Habe ich das? Worum geht es denn heute in der Folge? Ach so, draußen schlafen. Genau. Ich weiß nicht, ob das so viele von euch schon mal gemacht haben auch, dass sie gesagt haben, heute ist es draußen nicht so kalt, heute ist es eine schöne Frühlingsnacht, Die Sonne scheint natürlich nicht nachts, aber es regnet nicht, wenn keine Wolken da sind. Und dann hast du gesagt? Ich schlafe draußen in meiner Hängematte. Ich schlafe draußen in meiner Hängematte. Einfach so? Ja. Und wo war die Hängematte? Auf dem Balkon, beschreib das mal den Kindern. In meinem Baumhaus. Ich habe ein Baumhaus, nämlich. Also in Pans Garten steht ein riesengroßer Kirschbaum, der gerade alle Blüten schon verloren hat, wo wir hoffen, dass es bald ganz, ganz viele leckere Kirschen gibt. Und an diesem und in diesem Baum ist ein Baumhaus. Mit wie vielen Stockwerken? Zwei. Also, nee, drei. Es gibt noch eine obere Fläche, die mein Bruder gebaut hat. Also ein dreistockwerkiges Baumhaus. Und zwischendrin lag der Pan. Ja. Also zwischen den drei. Du hast also deine Hängematte in das Baumhaus gespannt und aufgebaut. Wie hast du dich da vorbereitet auf die Nacht? Was für eine Hängematte? Was hast du alles mit reingenommen? Wie hast du geschlafen? Erzähl mal. Also ich habe alles mit reingenommen. Ein Fell, einen Schlafsack, meinen Judah. Das ist so ein Schlafanzug. Dann habe ich noch meinen Panda mitgenommen. Ein Kuscheltier? Ja. Dann habe ich mein Handy, meine Nintendo Switch und Kissen und Decke. Und das war's. Extra in einer niegelnagelneuen Hängematte? Ja. Und die hat was ganz Tolles gehabt oben drüber? Oh ja, die hat ein Moskitonetz. Wieso hatte die eins? Hat die keins mehr? Doch, die hat immer noch eins. Ich dachte, das ist irgendwie in der Nacht verloren gegangen. Nein! Wie ist es denn draußen zu schlafen, unter dem freien Himmel? Eigentlich gar nicht schön. Und vielleicht sogar schön? Ja, könnte man auch sagen. Hast du dir das denn freiwillig ausgesucht? Oder hast du Hausarrest bekommen? Nein, habe ich nicht. Ich habe noch nie Hausarrest bekommen. Das heißt, du hast also gesagt, du Mama, ich möchte im Garten schlafen. Ich brauche eine Hängematte und dann schlafe ich heute draußen. Ja, doch eine Hängematte war es. Ja, klar eine Hängematte. Also nicht so, weil man kann einfach nicht einfach sagen, ja Mama, ich gehe jetzt raus in meine Hängematte pennen. Man muss schon davor gucken, wie das Wetter wird, ob es richtig kalt wird. Ja. Hast du in der Nacht was geträumt? Äh, nein. Zumindest kannst du dich nicht erinnern. Vielleicht hast du ja vom Waldschrat geträumt oder von irgendwas, von einem Eichhörnchen, das dich besucht hat. Ich habe nichts geträumt. Kamen dich Tiere nachts besuchen? Hm, Vögel. Haben die mit dir gesprochen? Nein. Haben die gedacht, Mensch, was macht denn der kleine Junge da? Nee, Entschuldigung, was macht der große Junge da? Nein. Und was ist denn für dich das Besondere und das Schöne am Draußenschlafen? Warum wolltest du draußen schlafen? Man wird nicht von den Eltern die ganze Zeit geweckt. Passiert das sonst? Ja. Aber draußen wirst du von den Vögeln geweckt? Ich kann mein Kissen über meine Ohren. Okay. Und wo schläfst du lieber? Draußen eigentlich, aber ich darf nicht so oft. Also Pan ist ein ambitionierter Draußenschläfer, der es gerne mag, wenn ein frisches Lüftchen um die Nase weht, wenn die Vögel auf der Hängematte mitschlafen. Nein. Wenn das Eichhörnchen vielleicht am Kopf kratzt. Hilfe, nein. Wenn eine Spinne über dich drüber krabbelt. Nein. Was wäre das Dümmste, was passieren kann? Eine Spinne. Was machen die denn? Angst machen. Und was noch? Spinnweben. Und was machen sie mit dir? Vollspinnen. Vollspinnen? Die spinnen doch, die spinnen. Aber trotzdem hast du Angst, die machen ja eigentlich nichts. Ich weiß, aber trotzdem, die sind eklig. Gibt es vielleicht auch Tiere, die ihr eklig findet? In der Wohnung, im Garten, im Park? Dann sagt mal Bescheid. Schickt mit den Eltern zusammen eine WhatsApp-Nachricht. Weißt du die Nummer schon mittlerweile? Nein. Okay, dann sage ich die gerne. 01525 1796813 oder per E-Mail an marco.insbett.net. Lesen wir dann gemeinsam, wenn ihr was schreibt. Danke übrigens für alle eure Nachrichten, die auch in den letzten Wochen kamen. Was machst du denn heute noch? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Essen? Ja, essen. Lernen? Nein, habe ich schon. Spielen? Habe ich. Will ich nicht machen. Okay, wir werden schon was finden, oder? Wir überlegen uns mal, worüber wir nächste Woche hier bei Affensbett, bei Panens Blick auf die Welt sprechen. Hast du schon was im Kopf? Nö. Da fällt uns was ein. Mal sehen, was du diese Woche noch alles erlebst oder am Wochenende. Wenn ihr eine Idee habt, Nummer habe ich ja gerade schon gesagt, meldet euch einfach. Wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu sein. Gerne. Und ich lese mir mal heute die Nachrichten. Vielleicht können wir ja zurückschreiben. Oder wir könnten eine Podcast-Folge machen und euch die Frage beantworten. Können wir auch machen. Machen wir uns gleich mal Gedanken, ne? Genau. Dann hören wir uns bald wieder. Tschüss.